So, let's go, ladies and gentlemen. Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Amnesia. Eine Maschine für Schweinchen. Oh, es leckt, es leckt, das ist nicht gut. Also, wenn es leckt, ist es nicht gut. Also, wisst ihr, wisst ihr, wir haben ja die Möglichkeit zwischen dem da hinten. Ach, und dass wir mal eins klarstellen wollen, wenn ihr mich als Schisser bezeichnet, weil da hinten Licht an ist, nein, weil wenn ich ganz ohne Licht spielen würde, dann wäre es einfach zu dunkel. Merkt euch das, ich bin kein Schisser. Ich traue mich, also wisst ihr, ja gut, ich traue mich vielleicht nicht immer was. Das gestehe ich. Oh, ist das nicht schön hier. So, also, ihr könnt euch daran erinnern, ne? Da! Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Gut. Sind wir uns einig, oder? Sind wir uns einig, jo. Boah, leck mich! Ich hab echt Herzschmerzen, mir tut echt meine Brust weh. Oh, mein Gott. Okay, das ist so. Ey, was ist das für ein krankes Teil? Oh, ich will es gar nicht wissen, ne? So. Was geht hier ab? Ey, krass. Ey, krass. Boah, ihr krank, oder? Okay. Boah, leck mich. Okay, ja, man kann es noch lauter machen. Macht es nur noch lauter, jo. Hallo? Wie in den ganz schlechten Horrorfilmen. Irgendjemand geht wo rein. Und das Erste, was passiert... Oh, nein, jetzt muss ich da rausgehen. Oh, nein, 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 nein. Nein! Nein, jetzt kann ich euch ernst sein. Oh, nein, 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 nein. Hier muss es irgendwo einen zweiten Gang geben. Irgendwo einen zweiten Gang. Komm, komm. Oh, Gott. Nein, 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 nein. Wie gesagt, wie ein ganz schlechter Horrorfilm. Wo jemand da reingeht und sagt, hallo? Als ob der Mörder sagen würde, ja, hey, hier bin ich. Boah, Ficken. Oh, krass, ey. Ihr seid so krank. Ist alles krank. Ey, was ist das denn für ein Vieh? Na, komm. Cool, jetzt müssen wir doch da rausgehen. Ha! Oh, scheiße. Okay. Halleluja. Ist das alles meins? Weil so ganz nebenbei ist das alles meins? Weil wenn es alles meins ist, dann habe ich verdammt hohe Stromkosten, wenn hier überall das Licht brennt. Ha! 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 Ach, hier geht es ja gar nicht so lang raus. Ha! Oh mein Gott. Oh. Hallo? Ach du meine Güte. Ich bin immer noch der Meinung. Ah, Text. 20. Dezember 1899. Ich muss einen Besucher empfangen, den angesehenen Professor. Ah, Punkt. Er soll nach einer langen... Ach, nach meiner langen Abwesen... Nach meiner langen Abwesenheit. Nach meiner langen Abwesenheit vom Club meine geistige Gesundheit überprüfen. Ich bin aber nicht stumpfsinnig. Er soll mich nur für sie ausspionieren. Als sie dem Kipper nachstellten, rief man ihn oft herbei... Ha, Kipper. Ha. Rief man ihn oft herbei, um über Schnittwunden und fehlende Organe zu dozieren. Und jetzt kommt er also zu mir, um mich zu umschmeicheln. Mein Guter, wird er sagen. Um mein Trauern wird er sich sorgen. Und dann, ganz nebenbei, wird er noch kurz einen Blick auf meine Maschinen werfen wollen. Die größte Entwicklung unserer Zeit. Nichts weiß er von Verlust. Nichts von Opfern. Ihn aber abweisen, das würde nur in ein Hornissen-Nest stechen. Und mir einen Schwarm Profitler und Diebe auf den Hals setzen. Also muss ich diesen Kasper unterhalten und seinen Eindringen Stab geben. Vielleicht sollte ich ihn in die Kutterlei zeigen. Mal sehen, ob sein Magen, der auf das Herumstöbern in den Innereien unbeholfene, fiviszierter Huren geschult ist. Mein Gott. Tatsächlich stark genug ist für den Anblick der echten Maschinen seines gelungenen Zeitalters. Vielleicht stelle ich ihm sogar Jack vor. Oder zumindest seinen Söhnen. Wir haben jetzt stärkere Schlösser an den Fenstern. Und wir bringen ihnen ihr Spielzeug. Meine Fresse, ey. Solche Texte... Ah, ich hasse halb offene Türen. Oh, zum Glück ist die zu. Das ist shit. Ich hasse halb offene Texte. Äh, Türen. Oh mein Gott. 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 Oh, Moment mal. Hier ist ja nichts. Oder? Toll. Wahnsinn, hä? Wahnsinn. What the fuck? Hallo? Oh, oh. Oh, naja. Regel Nummer 1, Tür zu machen. Hm. Haare im Mund. Bäh. Okay, und? Halleluja. Hachi. Oh mein Gott. Halleluja. Ach, du. Ich hab nichts gesehen. Na doch, ich hab was gesehen. Es ist schlimm genug, dass ich was gesehen hab. Ach, du Scheiße. War da was? Oh, zu viel Blut. Zu viel Blut ist gut, ne? Zu viel Blut ist gut, ne? Wir gehen mal auf die andere Seite. Wir wollen hier alles sehen. Ha. 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 Dazu. Ne. Dammit. Wieso geht's überall hin? Hallo? Hä? What? Wie jetzt? Einen Moment mal. Dieser Ort kommt mir bekannt vor. Nehmen wir eine Billardkugel mit. Witzig. Aha. Hier geht's auch raus. Interessiert keinen. So. Billardkugel. Sie zeigt mir den Weg. Ach, ne. Falsch. Böse. Billardkugel. Böse. Billard. Sag mal. Hörst du auf, vor Papa wegzureihen? So. Ha. Okay. Gut. Billardkugel. Na? Irgendwas Böses? Oh. Mein. Gott. Das ist so assi. Ey, das ist so krank. Ey, das ist so krank. Boah, dieser Typ ist so ein Wahnsinniger. Heilige Scheiße. Hallo. Boah, leck mich, Alter. Oh. Oh mein Gott. 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 Seht ihr das? Seht ihr das? Seht ihr das? Das ist meins? Glaube ich. What the fuck? Hallo. Boah, ein Kram. Wo sind wir denn jetzt hier schon wieder? Oh, ein Ventilator. Oder ein... Was ist das hier für ein krankes, ekliges Ding? Hat mich etwas sch... Oh. Oh. Okay. Haben wir irgendwas zum reinschmeißen? Irgendwas cooles? Irgendwas kommt. Die Billardkugel. Ah. Ich hätte sie doch mitnehmen sollen. Ich wusste es. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, 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 ja. Mach nur. Riesenkrach. 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 Kann ich mich hier drin verstecken? Ah. Kann ich nicht. Äh. Oh mein Gott. So und jetzt? Merkt ihr eigentlich, wie ich immer mit so angezucken? Ich bin nur so. Ich bin nur so. Wirklich nur so. Nicht mal so. Hier so ganz so. Äh. Hey. Spiel. Pff. Spiel mit Links. Nee, ich bin immer so. Immer so, weil ich überhaupt nicht abwarten kann, was als nächstes kommt. Kommt. Ja. Nein. Das wird nichts. Okay. Was nun? Werte. Mit Kollegen. Was soll ich tun? Also hier komme ich auf jeden Fall nicht durch. Dann heißt es wieder ab, wieder zurück gehen. What? What the hell? Oh mein Gott. Was? 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 Was britzelt denn da wieder? Oh. Kassierlich. Wo ist meine Bär? Bär cool. Bär cool. Bär cool. Ha. Yeah. Mit der bin ich unbesiegbar. Oh Ficken. Scheint. Okay. Wir waren hier niemals. Wir waren hier niemals. Okay. Ihr habt mich nicht gesehen. So. Okay. Das ist einfach nur krank. Oh Gott. Nein. Oh. Mein Gott. Halleluja. Hab ich eigentlich. Was ganz blöd ist. Nein. Ich hab kein Inventar. Ahaha. ok gut hey guck dich mal die kugel an ok ich hab auch Angst auch zu erst mal pieseln ey Oh Gott Okay Hey, Mann Yo Oh, Alter, diese Pflanze Da hinten ist Was? Naja, da hinten ist halt was Oh mein Gott, 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 oh mein Gott Leute Oh, das ist überhaupt nicht lustig Ey, das ist überhaupt nicht lustig, ganz ehrlich Das ist krank Die witzige, aber feine Oh, nein Blut Ist nicht gut Aber es hat sich gereimt Also muss doch irgendwie gut sein Oh, scheißen Dreck Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 nicht gut Oh, das ist nicht gut Oh, nein, das geht nicht gut Oh, mein Gott Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Gut, nicht tot. Hallo? Hänsenwund. Ich schraube und schraube, aber der Schmerz wird nicht leften. Wie kann ich meine Kinder mit diesen Händen jetzt? Wie kann ich sie küsse? Wut, wie kann ich sie mit solchen Instruktionen schießen? Wie kann man Kinder haben? Nochmal. Mit einem verfickten Scheiß-Gitter. Ich meine, Entschuldigung. Ein bisschen Privatsphäre, okay. Aber das ist auch zu viel, das ist gut. Das Nächsten, was Old Sally im Puppenhäusle. Das Nächsten, sie kommt und sie sucht. Aha. Das ist so ein tolles Gedicht, ha? Sie fängt dich und isst dir dein Herz. Genug gelesen. Genug gelesen. Genug gelesen. Genug gelesen. Oh mein Gott. Und hier ist noch was. Nein! Hier ist ein Stuhl. Ein Stuhl. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nein. Okay. Wisst ihr was? Wir machen Pause. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hau dir gefallen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video bei Amnesia wieder dabei seid. Oh mein Gott. Mein Name ist Ben und ich sage für heute, auf Wiedersehen. Tschüssi! Tschüssi! Bis zum nächsten Mal.